stahlkreislauf und damit willkommen zurück bei train simworld auf dem pc zusammen mit mir ich bin felix der weise heute starten wir das zweite szenario mit der db baureihe 155 und in diesem szenario sollen wir leere stahlwagons mit der baureihe 155 zum stahlwerk nach oge bzw nach öge bringen und wie ihr seht müssen wir auch in diesem szenario die lokomotive erst einmal aufrüsten und wie ihr auch seht müssen wir zuerst einmal auch die wagons ankuppeln denn die lokomotive steht hier alleine auf dem abstellgleis ja und deswegen würde ich sagen von dem wir gar nicht mal so viel zeit sondern wir geben uns direkt an unseren arbeitsplatz schließen die tür hinter uns und beginnen damit die lokomotive abfahrbereit zu machen so der batterie schalter muss auf angeschalten werden dann schalten wir den kompressor auf automatisch so dann können wir hier gleich noch die pzb schon einmal einschalten und dann können wir natürlich noch die sie war einschalten so pzb modus m das dürfte für eine fahrt mit leeren güterwagen ausreichend sein sowie begeben uns zum arbeitsplatz schließen die tür hinter uns und das wetter ist auch so wie es ja heute auch in deutschland ist es bewölkt bei uns hat es schon geregnet richtungswender auf vorwärts so stromabnehmer heben und dann müssen wir diesen trennschalter schließen und den transformator noch einschalten als nächstes den kompressor automatisch setzen und den bremsschlüssel anschalten so nun sind wir laut dem spiel schon abfahrbereit aber die handbremse können wir schon mal lösen aber ich schalte mir hier für die fahrt noch die spitzen signale ein auf der rechten und auf der linken also auf beiden weiß hier muss auch noch auf weiß geschalten werden ja und dann sind wir meiner meinung nach erst mal abfahrbereit so kabinenlichter ok na gut das können wir später per tastenkombination noch erledigen gut pzp ist eingeschalten ja dann passt soweit alles gut dann sind wir meiner meinung nach jetzt auch wirklich abfahrbereit richtungswender ist auf vorwärts gestellt wir lösen die bremse und wie gesagt wir müssen ja die wagen ankommen ich gehe davon aus dass das hier die wagen auf dem nebengleis sind so bremse ist gelöst und dann setzen wir uns langsam in bewegung und sollen ja wo sollen wir denn jetzt eigentlich hinfahren davor sollten wir jetzt fahren das ist der nächste auftrag auf dem ausziegleis zu halten alles klar dann müssen wir wahrscheinlich hier zurücksetzen und die wagons ankuppeln ja leute ist so wie dass das alles so ein bisschen zur zeit mit den ganzen projekten hier hinterher hinkt aber ich habe also abseits von youtube und auch abseits vom pc zurzeit einiges zu tun viele sachen die ja organisiert werden müssen und geregelt werden müssen und von daher wie gesagt seht es mir bitte nach wenn es manchmal ein bisschen dauert oder mal den einem einen oder anderen tag gar kein video kommt es ist einfach ich meine ich habe ja mittlerweile auch so ein bisschen sag ich mal qualitativer ansprüche an die videos wo ich auch sagen ja dann lieber bei einem tag gar kein video anstatt ein schlechtes video ist so meine meinung dazu und ja ich sehe ja trotzdem wie gut die eisenbahn videos bei euch ankommt jetzt die rügen videos wieder ist einfach wahnsinn vielen vielen dank für euer rieseninteresse an diesen videos so jetzt müssen wir was mich hier wieder auf dieser kleinen markierung sehen dass wir hier anhalten können und dass wir hier nicht zu früh aber auch nicht zu spät anhalten okay das reicht schon gut so und dann sollen wir jetzt die so dass die pzb glaube ich im störmodus weil wir jetzt ja rückwärts fahren und jetzt sollen wir ja dort die güterwagen ankoppeln sowie das ganze aussieht ja dann werden wir das tun wir lösen die bremse wieder und ich mache das jetzt hier einfach mal mit der außenansicht weil es etwas einfacher ist so ja ich glaube es ist dieser peter das ist ja der 1000 herz merken ich glaube dass die pzb jetzt hier in diesem stürmer der modus ist wenn ich da jetzt richtig liege ja dann euch mal die frage stahlwerk oder beziehungsweise stahlwerk öge geschrieben wie spricht man das richtig aus normal ist es ja im deutschen sprachgebrauch so gleich wird also gesprochen also entspricht halt dem umlaut aber ich habe gerade bei städten oder orten schon mal die erfahrung gemacht dass das nicht immer der fall ist beispielsweise der ort so ist oder auch als so ist bekannt in der nähe von paderborn und lüppstadt wird ja auch mit oe geschrieben und wird halt immer so ist oder so ist ausgesprochen also ich habe da noch nie irgendwie gehört so ist deswegen an euch mal die frage falls ihr die gegend kennt wie spricht man das richtig aus so während wir jetzt erst mal vor den güterwagen halten sollen an der markierung dann so wahrscheinlich ganz langsam die stahl wagons an koppeln so wie das aussieht so das passt schon mal so weit ganz gut wieder zu früh gehalten aber es zählt trotzdem ja da stehen sie unsere stahl wagons so was ist jetzt der nächste auftrag gar kein auftrag okay auch gut so jetzt sollen wir die wagen an koppeln okay dann machen wir das lösen die bremse noch mal und fahren jetzt etwas langsamer wenn die wagons ich sagte langsamer lieber zug das glaube an koppeln müssen wir dann sowieso noch mal manuell also diese kollisionsabfrage der kamera kann ein bisschen so wie nah sind wir dran das ist glaube ich noch ein stück zu weit weg ich nehme eine andere ich nehme jetzt mal eine andere ansicht hier so ich glaube das ist noch ein stück zu weit weg das ganz langsam hier mit einem stundenkilometer oder irgendwas daran ja das wollen wir noch ein bisschen zu früh gebremst das passt doch schon mal ganz gut super so und das ankoppeln müssen wir ja sowieso manuell machen normalerweise ich glaube im realen vorbild hat man dann die da hat man ja dann rangiere die einem dabei behilflich sind oder man macht das mit einer fernsteuerung gut das fernsteuerung gibt es glaube ich bei der noch nicht so die wagen sind angekuppelt damit ist unser zug abfahr bereit so jetzt sollen wir die bremsen noch mal diesen bremstest durchführen wir schließen da die tür dazu hinter uns und ja genau das heißt bremse erst mal ich setze das meine richtungswender wieder auf vorwärts so die bremse erstmal hier volle leistung dann muss er wahrscheinlich wieder mal gelöst werden und dann auf minimum finde ich auch toll dass man eben solche betrieblichen abläufe hier darstellt eben gerade im güterverkehr ist das ja enorm interessant und sehr auch sehr sehr wichtig dass man nicht immer einen voll aufgerüsteten zug übernimmt sondern eben gerade solche sachen hat wie eben mal einen eine lok aufrüsten dann erst mal die waggons abholen das sind solche sachen die eben dann gerade für den spielspaß förderlich sind und eben das spiel dann auch noch mal deutlich interessanter gestalten hier sehen wir mal unseren zug Ja hier bereit steht wir können ja mal uns den gut allzu lang ist so nicht So relativ kurzer güterzug so das heißt es mal gucken wie wir jetzt hier die zugkraft einstellen Achso quatsch ich war ja wieder in dieser ansicht hier ja ich würde mal sagen wir nehmen mal 75 prozent Sondern wir nehmen mal 80 die strecke ist ja glaube ich auch teilweise hügelig ja wir sind immer noch natürlich auf der ruhrsieg nordstrecke unterwegs Lösen jetzt hier die bremse und dann werden wir uns in richtung hohen limburg in bewegung setzen so und ich habe ja vorsehentlich die fps zahl wieder eingeschalten ist jetzt dürfte für euch jetzt nicht so interessant sein So wir fahren natürlich pzb modus m mittlere zug priorität Na dann Auf geht's Okay ich hätte ja glaube ich doch eine etwas höhere zugkraft einschalten müssen Wagen sind doch ein bisschen etwas schwerer als ich das erwartet habe Aber jetzt fahren wir erst mal gemütlich hier mit 20 stundenkilometer aus dem Rangierbahnhof Aus Wir befinden uns glaube ich hier in der nähe von plettenberg werdol So ich glaube ich befreie mich jetzt erst mal hier aus der Restriktiven überwachung der pzb Lassen wir mal unseren Zug mit leeren Stahlwaggons hier vorbeifahren Ihr seht sind sogar zwei verschiedene Stahlwaggons die unser Zug führt Einmal die neueren Schimps und einmal die etwas älteren Modelle Hier die so ein bisschen mit diesem ja stufenartigen Dach Ja dann hoffen wir mal dass wir die Fracht jetzt hier pünktlich zum Stahlwerk Nach Öge bringen können Ja wir dürfen immer nur 20 stundenkilometer fahren Ihr seht das dauert etwas Scheint auch kalt zu sein Ihr seht hinten sind einige Rauchwolken hier zu sehen Ich weiß nicht ob das schon Sind sicherlich schon stein Jetzt habe ich wieder diese FBS-Zahl drin So jetzt dürfen wir aber erstmal beschleunigen Jetzt regelt ja selber die Fahrstufen wieder nach unten Was ist denn jetzt hier? So jetzt gucken wir jetzt nochmal dass wir hier Ich glaube wir dürfen ja nicht allzu viel Strom Oder allzu doll beschleunigen Das geht natürlich auch nicht Aber wir schaffen das schon Wir dürfen jetzt glaube ich auf 110 stundenkilometer beschleunigen Ja liebe Leute Wie gesagt ihr habt euch ja auch noch eine weitere Fahrt mit der Baureihe 155 gewünscht Und ja Es freut mich dass gerade diese Lok so gut bei euch ankommt Allgemein die ganzen Eisbahnvideos zur Zeit Das ist einfach der Der Wahnsinn Wie groß da euer Interesse daran ist Egal ob Trains im Wirt oder Trainsimulator Trainsimulator hatten wir ja letztes die Fahrt auf Rügen nach Binz Und wieder von Binz Beziehungsweise die nächste Fahrt wird er dann von Ostseebad Binz wieder zurück Zum Festland gehen Nach aktuellem Stand So ja ich hätte hier mehr Zugkraft aufschalten müssen Ich glaube 80% ist hier echt etwas weniger Seht's Wie schwer sich der Zug jetzt hier tut Die letzte Fahrt Da sind wir mit der Lokomotive alleine unterwegs gewesen Ich glaube von Hagen nach Hohen Da sind wir auch nach Hohenlimburg gefahren Genau Ja gut Also das Szenario soll 30 Minuten dauern Ich glaube das Szenario dauert hier deutlich länger Aber wir haben jetzt über 20 Kilometer noch zurück zu legen Ich mach mal was anderes Wartet mal Leute Ich versuch jetzt mal Die Zugkraft etwas höher zu setzen Ja gut das ist vielleicht ein bisschen zu hoch schon Wird wir hier ein bisschen schneller beschleunigen können Ihr seht das dauert ja doch einiges länger Ja man merkt schon dass die Güterwagen einiges an Gewicht haben Obwohl sie ja leer sein sollen Laut Szenarioangabe So jetzt bekommen wir eine Belohnung weil wir 15,5 Kilometer mit der Lokomotive gefahren sind Ist immer so lustig ist es genauso mit der Baureihe 182 Da bekommt man auch eine Belohnung wenn man 18,2 Kilometer gefahren ist Sehr interessant auf jeden Fall Ja es scheint auch ein sehr sehr grauer Tag zu sein Und aktuell am Wochenende Bei uns zumindest auch Grau regnerisch Ideales Wetter für YouTube Wenn man mal so möchte Stufen hat denn die Lokomotive jetzt noch 20 Einiges an Stufen 30 30 Ok 30 Fahrstufen Ok Dann habe ich wahrscheinlich vorhin auch etwas zu langsam geschleunigt Geschleunigt Schauen wir mal wann wir Hohenlimburg erreichen werden Es sind auf jeden Fall wie gesagt 20 Kilometer die wir jetzt hier zurücklegen müssen Über 20 Kilometer Über 20 Kilometer So hier können wir uns mal Das Licht hier Führerstand einschalten Und was passiert denn wenn ich das jetzt hier auf Halten stelle Unten hier auf Halten Dann müsst ihr ja doch normalerweise die Geschwindigkeiten halten So und dann erwartet uns eine äh dann erwarten wir uns jetzt hier 70 Stunden Kilometer In 3 Kilometern Das ist PZP relevant auf jeden Fall So und wenn ich den jetzt hier auf Halten stelle dann müsste der doch normalerweise Die Geschwindigkeit jetzt halten Wie gesagt angegeben wurde das Szenario mit 30 Minuten Jetzt sind es schon 15 vorbei Wir haben nur noch 18 Kilometer zu fahren Ich bin gespannt inwiefern die Zeit diesmal stimmt Ja Ich muss mal mein Headset etwas leiser stellen So das ist für uns nicht relevant Okay der hält die Geschwindigkeit nicht So dann müssen wir jetzt was wir hier auf die 100 Stunden Kilometer beschleunigen Die uns da warten Äh Quatsch nicht beschleunigt sondern herunterbremsen Ja die Strecke ist wie gesagt sehr sehr hügelig Und von daher auch nicht so einfach zu gefahren So was ist denn jetzt? Wie so brepst der denn jetzt hier? Ja das sind dann wieder so Okay jetzt brauchen wir sowieso nicht schneller als auf 70 zu beschleunigen Da wir ja in der restriktiven Überwachung Äh sind Äh sind So Wir haben aktuell jetzt noch 14 Kilometer Bis zum Bahnhof von Hohenlimburg Da müssen die Leute hier am Bahnhof erschrecken So hat mich nebenbei aus der PZB befreit Achso Quatsch Zeigt der das schon an dass ich hier schneller fahren darf jetzt auf einmal doch wieder nicht Okay Okay So 16 Kilometer Also die Hälfte der Strecke haben wir auf jeden Fall schon hinter uns gebracht Hier kommt uns der nächste Nahverkehrszug entgegen mit einer Baureihe 143 Mal schauen wie lange das Szenario insgesamt noch dauern soll Na Moment die müssen wir erst mal wieder auf 0 setzen Und können dann wahrscheinlich wieder auf die glaube ich 80 oder 90 Stundenkilometer beschleunigen Die uns jetzt hier erwarten So und hier kommt schon die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung die wir aber nicht quittieren müssen Aber ja langsamer als 80 hier unterwegs sind Hm Ihr seht es ist gar nicht mal so einfach hier jetzt auf einmal wieder zu beschleunigen Ich bin jetzt gleich wieder auf der höchsten Stufe und passiert wieder warum mal nichts Also müssen wir das wieder mal auf 0 zurücksetzen Kann ich jetzt nicht ganz folgen was jetzt hier das große Problem sein soll Müllt der sich selber wieder ich weiß nicht was hier das Problem ist Ja also das äh Wurde auch im Tutorial nicht ganz äh erklärt Ich glaube wir haben schon wieder zu viel Leistung auf einmal aufgeschalten Ich denke mal dass es daran äh vor allem liegen dürfte So es sind immer noch über 11 13 Kilometer sind das noch die wir weil es ist ja Luftlinie Entfernung ist ja Luftlinie Die wir hier fahren Und ja Okay Leute dann glaube ich fast dass das für ein Video etwas zu lang wird Ich würde mal folgendes äh vorschlagen Wir machen jetzt hier den Cut Ich danke euch erstmal bis hierhin fürs Zuschauen Die abschließende Fahrt bis zum Stahlwerk Die seht ihr dann erst im nächsten Video Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen Und würde mich freuen wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet Bis dahin Habt eine schöne Zeit Euer Felix der Weise Sissant Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal